FX-Quote 247. Was immer das für ein Quote oder eine Quote sein soll, klingt geheimnisvoll, ist aber eigentlich ganz einfach. Es ist einfach Betrug. Es ist einfach Betrug. Haben Sie Geld oder investiert? Dann werden Sie wissen wollen, welche Chance Sie haben, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen? Gute Frage. Weil Sie das wissen wollen, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Am Ende verrate ich Ihnen, was Sie konkret machen können und welche Möglichkeiten es gibt, dass Sie an die Geld kommen. Hallo, ich bin Annegarn-Marth-Jochenres zum Thema FX-Quote 247. Eine Betrugsnummer. Spuren führen nach Bulgarien, nach Sofia. Passt natürlich genau zu der englischen Supportnummer. Alles ist Lüge. Kein Cent von dem Geld, das wir investieren. Alles ist Fake. Großes Theater. Großes Börsenteater. Haben Sie denn dann überhaupt eine Chance, Geld zurückzubekommen? Macht es Sinn, zur Polizei zu gehen? Nicht wirklich. Eine Strafanzeige, die Sie dort stellen können, dient der Bestrafung der Täter. Aber nicht, was nicht vorrangig zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Weil Sie wissen wollen, wie das geht, rufen Sie mich gerne an. Unter 0308 von, pardon, 0308 59770. Oder besser noch, gehen Sie auf unsere Webseite. Gehen Sie auf unsere Webseite und lesen Sie erstmal den Bericht zu FX-Quote 247. Dort finden Sie noch viel mehr Informationen, als ich Sie in diesem kurzen Film geben kann. Und Sie finden dort einen Fragebogen. Füllen Sie diesen Fragebogen mit uns. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die diese Voraussetzungen erfüllen, dann sagen wir Ihnen, was wir konkret machen. Und welche Kosten Ihnen für die anwaltliche Betreuung entstehen würden. Weil Sie mit dieser kostenlosen Einschätzung dann alle Fakten kennen und in der Lage sind, Ihre eigene autonome Entscheidung zu treffen, wissen Sie auch, warum es für Sie sinnvoll ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017